Ich bin eine Kärnerin, durch und wo ich auch bin. Ihr habt schon so... Es hat so ein eigener Schott, Leute. Lass mich das sagen. Ich habe euch gut Kenne, die wir in diesem letzten Sagen von Österreich auch oft hier. Ich bin ganz in die Erdbeeren und bin in der Umschau. Das ist alles so super. Ja, Freunde, die Kultur ist auch so verbindlich. Ja, das ist eigentlich auch eine. Das ist wirklich so. Ich glaube, der Kärner hat irgendwo auch ein richtig rolliges Gemüt und es ist ein kommunikativer Mensch. Wenn wir das so gleiche Sommers haben, und wie man sieht, wie ist es alles? Hilft dir das auch in deiner Arbeit, in deiner Kollegenschaft? Es ist auf jeden Fall kein Hinweis. Ja, man kommt gleich gleich nach dem Sagen. Man kommt gleich nach dem Sagen und das Musikalische aus dem Kern, das ja ein Paar ist. Und in der Ruhe, das hilft auch immer wieder. Jetzt muss ich gleich eine Lasse für meine Pugelsrechel. Lass Leute brechen. Das ist ein bisschen mit mir aus. Also, das wenigstens, zum Beispiel in Wien und so. Aber egal. Wie sagen wir, wie ein bisschen mit uns an, dass du zum Beispiel so Studentin als Juni haben wir so eine Interrail-Reise gemacht oder was? Ja, ich habe mit 19, glaube ich, eine Interrail-Reise mit meiner damals 13-jährigen Schwester. Das war echt ein Abenteuer. Da sind wir vier Wochen im Zug unterwegs gewesen, damals noch ohne Candy. Ich frage mich, was meine Mama das überlebt hat, nervlich. Aber wir haben es überlebt. Das war super, mit einer 13-Jährigen. Gott, das ist ein bisschen besser. Ich finde, dass sie noch mehr lebt, mit einer 13-Jährigen Schwester. Das war sehr früh, als so. Und sie war spät, dünner. Ich so, jetzt haben wir ganz gut getroffen. Das ist ein bisschen besser. 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 Das muss man natürlich mal auf so einen Seite. Ich habe mich nicht anschauen. Gefühlt bis 27 Mal. Ich muss nicht anschauen. Du bist hier jetzt fast gut. Also, nichts Leidendes. Das war so. Wo warst du so unterwegs? Warum gab es noch Heimans? London, Amsterdam, Paris, dann noch die Wormann, die Franziska, Wormann, die Jungs. Viele sind gut. Es war zu gut. Heute bist du noch ein zweites Mädchen, 8 und 4 Jahre alt. Da ist wirklich ein Eis und wir haben Familie. Das ist aber schon ein bisschen zu. Guten Morgen. Genau. Es ist echt jährlich die große Sandkiste bei Adria jetzt zum Laufholz. Ja, ich war in Lissabon. Es ist ins Wasser gefallen. Es war Kalt und dann regnet es hier. Es ist viel schöner. Bleib allein. Ich finde es toll, dass du heute mit uns gewünscht da gehst. Freut dich sehr. Julian Tschenschi bei uns und auch, dass wir die Lille gerne geblieben sind, weil sie jetzt noch nicht setzen. Und ja.